Hallo und herzlich willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Bist du während deiner Forschung auf eine interessante Idee gestoßen und suchst nun nach spannenden Insights und Erfahrungsberichten, wie man aus einer Idee ein erfolgreiches Science-Tech-Startup aufbaut, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Ja, heute gibt es eine Solo-Folge auf die Ohren und du fragst dich vielleicht, warum eine Solo-Folge? Was ist denn jetzt passiert, dass es eine Solo-Folge gibt? Ja, ganz einfach, es gibt super coole Neuigkeiten und die möchte ich mit dir teilen und dich einfach mitnehmen auf meine Reise und auf die Reise dieses Podcasts und ja, es gibt so eine kleine Erweiterung, eine Verbesserung, eine Optimierung dieses Podcast-Formats und die möchte ich dir in dieser Folge vorstellen. Ja, und dann starten wir auch gleich mit dem ersten von drei Punkten, die ich für diese Folge vorbereitet habe. Der erste Punkt ist eine kleine Ankündigung. Ich habe mich für den Deutschen Podcast-Preis 2021 beworben in der Kategorie Bester Independent Podcast. In dieser Kategorie geht es um Podcasts, die ohne Budget starten, die einfach betrieben werden und das ist ja auch in meinem Fall der Fall und auch in meiner Freizeit führe ich diesen Podcast durch und da läuft gerade ein Publikumsvoting, man kann für mich abstimmen und ich freue mich hier riesig, wenn du mir deine Stimme gibst und einfach diesen Podcast ein bisschen publik machen, auch für andere angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vielleicht ausgründen möchten, die vor ähnlichen Themen, ja, an ähnlichen Themen arbeiten oder wenn du kein Wissenschaftler bist, keine Wissenschaftlerin, auch all diejenigen, die sich an dem Thema Startups interessieren und speziell vielleicht aus der Wissenschaft heraus. Also einfach bei Google, deutscher Podcast-Preis, dann Startups from Science oder meinen Namen eintippen und dann kommst du auf die Webseite, wo du einfach problemlos einmal klicken kannst und dann ist deine Stimme auch schon für mich in den Stimmenzählauslösungstopf geworfen worden. Das Ganze ist noch bis zum 18.04. Also da freut es mich natürlich, wenn du jetzt gleich, ich packe nochmal den Link in die Shownotes, aber dann einfach nochmal draufklickst nach der Folge und mir dann deine Stimme gibst. Das würde mich sehr, sehr freuen und ja genau, ich halte dich auf jeden Fall auf den Laufenden, was mit dem Preis dann passiert ist. Ja, kommen wir dann zu Punkt Nummer 2 und eigentlich auch dem wesentlichen Inhalt dieser Folge, nämlich die Erweiterung dieses Podcasts. Was wird erweitert? In den letzten Monaten ist super viel entstanden und auch passiert. Ich hatte sehr, sehr viele tolle Gespräche, sehr viele tolle Interviewgäste, Gespräche zu verschiedenen Themen und das wirklich fand ich super toll und da gab es auch viele Anregungen auch, nicht nur von den Interviewgästen, sondern auch aus der Community auf LinkedIn. Da gibt es auch eine Gruppe, auch da, wenn du da noch nicht eingeloggt bist, einfach auf LinkedIn registrieren, anmelden und dann Startups from Science suchen und dich dann sozusagen verlinken. Auf dieser Gruppe oder in dieser Gruppe auf jeden Fall habe ich auch sehr viele Rückmeldungen bekommen und der Wunsch war da, einfach nochmal ein paar erweiternde Formate anzubieten. Ja, und deshalb große Ankündigung wird es ab Mai 2021 ein neues Format geben, das nennt sich Bartoschs Meinung. Dieses Format wird dann regelmäßig einmal pro Monat angeboten werden, zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Interviews wird es dann Bartoschs Meinung geben, wo ich dann nochmal die Hintergründe etwas mehr beleuchte, die Inhalte auch nochmal ein bisschen verdichte und aufbereite. Also jetzt gibt es regelmäßig in diesem Podcast zwei Episoden im Monat, einmal ein Interview immer am dritten Tag eines neuen Monats und dann nochmal zwei Wochen später Bartoschs Meinung, das sich nochmal auf dieses Interview bezieht. Ja, warum mache ich das? Ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass doch auch im Interview ein paar Themen offen geblieben sind, die man noch eigentlich ein bisschen verdichten müsste oder wo einfach jetzt nicht die Zeit war oder der Gesprächsfluss das Ganze ein bisschen abgelenkt hat und dieses Format ist dazu da, genau nochmal die Themen nochmal nachzuschärfen, nochmal aufzugreifen und dann wirklich auch nochmal zu gucken, dass das, ja die Inhalte nochmal herauszustellen, zu highlighten, damit wirklich auch klar ist, welche Insights kann man aus diesen Interviews wirklich ziehen und auch natürlich, was ist meine Meinung da dazu, weil auch da ist manchmal im Podcast oder im Interview nicht so viel Zeit und es würde wahrscheinlich den Rahmen komplett sprengen und so wird es noch ein Format geben, Bartoschs Meinung, das immer zur Monatsmitte erscheint und dir dann nochmal einfach die Möglichkeit gibt, sozusagen mit einem gewissen Abstand nochmal dieses Interview Revue passieren zu lassen mit mir zusammen und ich freue mich auf jeden Fall auf deine weiteren Anregungen, denn es war auch Wunsch der Community eben nochmal meine persönliche Meinung da stärker nochmal einzubringen, also vielen Dank auch an all diejenigen, die das vorgeschlagen haben, die mir den Impuls gegeben haben, das ist genau das, was ich mir vorstelle und freue mich, dass das Format jetzt ab Mai 2021 angeboten wird. So, dann kommen wir auch zum Punkt Nummer 3. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier einen Trommelwirbel einspielen, aber dann wäre es ja schon fast ein Hörspiel, deshalb gibt es hier keinen Trommelwirbel, aber einen gedanklichen und Achtung, jetzt kommt's, wir lösen auf, es gibt eine stärkere Strukturierung des Podcasts. Tada! Okay, also was verbirgt sich da dahinter zu dieser Strukturierung? Also zukünftig möchte ich die Inhalte besser strukturieren, auch für dich übersichtlicher gestalten in der Timeline bzw. in der Veröffentlichung der Podcastfolgen. Es wird jetzt zukünftig drei Interviewformate geben und ein Meinungskommentar bzw. ein Meinungspodcast ist dieser Bartoschs Meinung und die drei Interviewformate sind folgende. Also das erste Format ist schon bekannt, hast du vielleicht mal gehört, ist das Founders Interview bzw. der Founders Talk. Da ist es so, dass ich mit Gründern einfach Herausforderungen bespreche, Learnings, Insights so ein bisschen herausnehme und einfach nochmal darstelle, wie es war. Ja, warum mache ich das eigentlich in diesem Art Format? Ich habe halt gemerkt, dass ich als Berater mit diesen Leuten zusammen halt die richtig coolen persönlichen Geschichten erzählt bekommen habe und wenn man das natürlich sieht, dass Institutionen wie jetzt Universitäten oder sowas natürlich immer wieder versuchen, solche Themen auch mehr zu adressieren, sei es jetzt in so Fuck-up-Nights oder in Veranstaltungen, wo man so über sein Learning spricht, dann fand ich immer, dass diese Veranstaltungen so ja leicht unpersönlich sind bzw. so einen leichten, sterilen Charakter haben. Also die sind so zu glatt gebügelt. Und in meiner Beratung habe ich tatsächlich immer so ganz authentische, ehrliche Geschichten gehört, wo ich immer gedacht habe, Mensch, Alter, das wäre doch richtig geil, die mal zu erzählen und mal so öffentlich mal aufzubereiten. Und das verfolge ich eben mit diesem Founders Talk, das heißt, ich möchte immer die Beweggründe, die Motive herausfinden, die die Leute hatten, um gewisse Handlungen durchzuführen oder Entscheidungen zu treffen. Das sind die Inhalte, die mich interessieren, die ich auch sozusagen über die Interviews herausfinden möchte. Also das wird es weiterhin geben, Founders Talk, immer mal wieder zwischenrein gespielt ins Jahr und auch, ich gucke da natürlich, dass verschiedene Themen drin sind, da hatten wir auch schon eine große Varianz von verschiedenen Themen, persönliche Natur, aber auch andere Learnings, mehr so in diesem sachlichen Bereich, Thema Sales und sowas. Also hört da ruhig mal rein, auch in die vergangenen Episoden. Und das ist halt natürlich ein guter Anknüpfungspunkt, dann auch die Verbesserung wahrzunehmen, die es dann auf jeden Fall in Zukunft geben wird. So, also das zweite Interviewformat ist ja der Expert Talk. Da lade ich ja auch immer wieder Experten ein, die zu Fragen oder zu Themen berichten, die in der Community, gerade jetzt mit Ausgründung aus der Wissenschaft, schon häufig auch in der Beratung vorkommen. Da lasse ich einfach Experten zu Wort kommen, die aus ihrer Perspektive Antworten geben auf verschiedene Fragestellungen. Die Fragestellungen habe ich meistens dann aus der Beratung mitgebracht, beziehungsweise das sind Fragen, die mich auch über E-Mails oder dergleichen erreichen, die ich dann bündle und wenn die Fragen dann, ja, wenn es dann genügend Fragen gibt, dann suche ich mir einen Experten, der eben, ja, vielleicht auch in meinem Netzwerk drin ist, der einfach gute Auskünfte geben kann, damit wir sozusagen als Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Insights mitnehmen können. Also ein paar Tipps, die wirklich sehr konkret sind von Fachexperten aus erster Hand, um dann einfach für sich vielleicht auch nochmal ein paar Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, da habe ich jetzt auch viele Experten auch zu Wort kommen lassen, was auch ganz gut war. Aber es ist so, was ich mir vorstelle, ist halt eben so eine Mischung. Das heißt, wenn man vielleicht einen Experten hatte und der gibt einen Tipp und vielleicht hat man einen Podcast vorher den Gründer gehört oder die Gründerin, die dann irgendwie sagt, also hätte ich diesen, diesen, den Tipp mal gehört, wäre super cool gewesen und dann kann man sich so ein Bild machen, wenn dann sozusagen der Experte den Tipp gibt, den der andere gebraucht hätte, dann kann sich so ein Bild fügen und man sieht, ah, okay, in welche Richtung läuft das Ganze. Also das ist, wie gesagt, der Sinn und Zweck dieser Expert Talks, damit du auch deine Entscheidungen treffen kannst oder damit du auch bessere Entscheidungen treffen kannst für deine Zukunft und auch deine Gründungsaktivitäten. Ja, und dann gibt es nochmal einen dritten, das ist ein drittes Interviewformat, ein drittes Interviewformat und das ist jetzt relativ neu. Okay, das heißt, im dritten Interviewformat möchte ich komplette Transfergeschichten darstellen. Was ist so eine Transfergeschichte? Im Grunde möchte ich dir sehr transparent darstellen, wie entwickelt sich denn eigentlich aus einer Idee, aus einer Erfindung heraus ein Unternehmen, ein Startup und wie kommt das am Ende im Markt an, bei den Kunden direkt. Das heißt, es ist sozusagen so ein Dreiklang, den ich darstellen möchte in diesen Transfergeschichten, Transferstories. Das heißt, wir werden am Anfang meistens immer einen Professor oder eine Professorin befragen zum Ursprung der Idee, wie ist es entstanden, was waren die Beweggründe für diese Forschung. Ja, wir beleuchten einfach mal den Ursprung dieser Idee und dann im zweiten Setting oder im zweiten Interview sprechen wir mit dem Startup, also den Leuten, die aus dieser Idee heraus eine schöne Anwendung generiert haben, ein Produkt oder eine Lösung und die sich dann auch entschlossen haben, das in den Markt zu bringen. Und die Leute interviewen wir, das wird dann also natürlich auch so eine Art Founders Talk sein und der letzte Schritt in diesem Dreiklang ist das Gespräch mit den Kunden. Und da kann ich jetzt schon verraten, das ist sehr, sehr spannend, auch mal die andere Perspektive wahrzunehmen, um auch zu verstehen, okay, wie ticken Kunden? Weil das erlebe ich sehr oft in meiner Praxis, dass viele Startups natürlich gerade jetzt, wenn sie starten und das ist nicht nur in der Wissenschaft so, sondern auch bei allen anderen Themen, dass natürlich so gewisse Annahmen vorherrschen, wo man sagt, ah, der Kunde, der will vielleicht das hören oder der liegt auf das Mehrwert. Und in der Beratung oder sonst, wenn ihr irgendwie auch Tipps liest, heißt es immer, ja, sprecht mit dem Kunden und sowas. Und stückweit möchte ich das natürlich auch hier repräsentativ ein bisschen übernehmen. Natürlich sind es keine, also sind es aktuelle Kunden und wir sprechen auch in einem anderen Setting, aber mich interessieren die gleichen Fragen letztlich, die du vielleicht auch hast, nämlich beim Kunden, hey, wie war das denn, mit einem Startup in Kontakt zu treten? Wie lief es in diesem Prozess ab? Was war denn dir lieber Kunde wichtig an der Stelle? Was waren so die Punkte, die dich überzeugt haben für das Produkt? Also all solche Fragen, die ich natürlich auch in der Beratung sehr oft selber stelle, aber auch selber gefragt werde, die möchte ich dann konkret an die Kunden richten von dem Startup und mein Ziel und meine Hoffnung ist es, dass es sozusagen nach diesem Dreiklang, nach diesen drei Geschichten, du wirklich so einen transparenten Blick hast auf dieses Thema von der Erfindung bis zum Produkt und bis zum Markt. Dass du da sozusagen auch mal so diesen kompletten Rahmen mal erlebst, weil ich das glaube ich auch sehr spannend finde, vor allem weil eben Professorinnen und Professoren auch einen ganz anderen Blick haben auf ihre Themen und sozusagen das Startup die Interpretation vorgenommen hat und am Ende Output. Natürlich der Kunde entscheidet über das Produkt, über den Erfolg auch, wie das eben ankommt. Und das wird also ein großer, große, 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 große Erweiterung sein, dieser Interview-Bereiche und somit hoffe ich doch, dass du in Zukunft die Inhalte wirklich auch spannend aufbereitet bekommst und mit einem sehr, sehr schönen Flow an Informationen und Insights. Ja, denn mein Ziel ist es, dir zu helfen, die Zukunft von morgen zu gestalten. Und ich glaube, das hat jeder, der in dem Bereich arbeitet, der ein Startup gründen möchte, der seine Ideen in die Tat umsetzen möchte, der hat es in der Hand oder diejenige hat es in der Hand, die Zukunft von morgen zu gestalten. Und diese Gestaltung ist nicht ganz einfach und es gibt sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr viel Unsicherheit. Und mein Podcast soll eben dazu beitragen, dass du diese Unsicherheiten loswirst, dir die Informationen holst, die du brauchst und dann einfach losziehst und ins Machen kommst. Das würde mich freuen, wenn wir solche Geschichten einfach hier fortführen würden und du vielleicht auch mal selber mich ansprichst, wenn du mal soweit bist und wir dich mal auch hier im Podcast interviewen können. Ja, also zusammenfassend, die große Ankündigung. Es wird ein neues Format geben, regelmäßig. Bartoschs Meinung wird alle zwei Wochen nach dem Interview veröffentlicht. Damit wird es jetzt auf diesem Kanal zwei Veröffentlichungen pro Monat geben. Und zusätzlich dazu wird es noch im Interview-Bereich eben die Transfer-Stories geben. Dieses Transfer-Story besteht aus einem Dreiklang von drei Interviews, nämlich mit dem Professor, der Professorin, dem Start-up und dem Kunden oder der Kundin. So, und das war es auch schon mit dieser Folge. Wenn du mehr über mich und meine Reise erfahren möchtest, dann abonniere doch einfach den Newsletter auf meiner Homepage www.startupsfromscience.com. Einfach anklicken, in die Liste eintragen lassen und kein Update mehr verpassen. Da teile ich auch solche Informationen, wie ich das jetzt hier im Podcast gemacht habe und eben auch weitere Infos. Auch zum Thema, ja, Veranstaltungen, die mir ins Auge gefallen sind, Wettbewerbe, die vielleicht interessant sein können. Auch diese Inhalte findest du in meinem Newsletter. Und wenn du mich unterstützen möchtest mit einer kleinen Kaffeespende, dann freue ich mich auch, wenn du das auf Steady machst. Einfach auch Steady und Startups from Science eingeben bei Google. Dann findest du meine Seite und ich freue mich auf einen Kaffee. Zumindest mal in Gedanken und virtuell mit dir zu trinken. Ja, so, super. Vielen Dank für deinen Support auf jeden Fall. Bis dahin, ich freue mich, wenn du mich auf meiner Reise weiterhin begleitest. Bleib innovativ und kreativ. Bis bald!